willkommen zurück im halo universum und wir sind bei jetzt gewöhne ich mich mal dran wir sind bei mission nummer fünf ja wer jetzt trotzdem fragezeichen hat mission nummer eins war das tutorial was ich ja auch gar nicht gezeigt habe und was man sich wirklich ersparen kann das habe ich jetzt aber zum letzten mal und wir wollen direkt starten in die mission weil ich bin gespannt was auf uns zukommen wird die allianz ist uns auf den fersen wir dürfen unsere position in arkea nicht verlieren gentlemen sichern sie eine zu verteidigende stellung und halten sie sie bis wir verstärkung schicken können ich habe das gebiet gescannt die am besten zu verteidigende stelle ist ein krater ein paar kilometer südlich den highway entlang die lokale einheiten ok dann gehen sie zum krater ignorieren sie den fall hinter uns nicht stehen bleiben alles klar wenn wir den ignorieren sollen dann auf dem weg gucke ich doch direkt mal die taste bis dahin sollen wir das auch ignorieren nein ja vielleicht bleiben wir doch mal hier kurz stehen und dann hab ihn erwischt dem panzer geht es überhaupt nicht gut hier sind schön verteidigungspositionen rücker aus ziel los ja komm dann geht der fahrzeuge down und kann alle einheiten verstanden zeit ist erledigt ich bin dran wir haben nur wenig zeit die basis auf allianz angriffe vorzubereiten also los ok dann werden wir uns hier schon mal positionieren geht das wir setzen im krater eine kommandozentrale ab ich bin dran instruiere jetzt team omega verstanden wo bauen wir denn die verteidigungslinie auf ich glaube hier wäre gar nicht so verkehrt wir können schon mal mit sammeln und hier sehen wir zu dass wir schnellstmöglich auch die erweiterung kriegen dass wir hier andere unsc einheiten wurden informiert und ziehen sich zu ihrer stellung zurück kannst du auch hier reingehen ja stationserweiterung vollständig bin gelandet die stationserweiterung ist vollständig kann ich die nochmal machen so versorgungsmodul vollständig so den fortschritt legen wir wieder auf die 1 bin unterwegs und da fehlt uns Energie die holen wir uns jetzt fort schammelt hier auch kräftig ein hier ist auch noch eine verteidigungslinie gehen sie einfach mal rein vielleicht kommen wir noch flieger an dann würde ich ganz gerne hier noch ein geschütz bauen erstmal bevor wir die anderen Sachen bauen versorgungsmodul kommen wir noch nicht machen ich hätte auch gerne flieger einheiten da stehe ich immer besonders drauf das machen wir erstmal peu a peu alles und die freundliche stimme aus dem off hat uns ja schon gesagt wir haben nicht viel zeit vollständig der reaktor ist jetzt auch vollständig nach schutz vorstellig bereit versorgungsmodul aufgerüstet Joch Joch. Was ist denn hier oben los? Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, dass ich mir so viel Zeit lasse hier. Hier brauchen wir schon mal mehr Energie. Aber das kostet natürlich auch ein Heidengeld. Frage ist jetzt... Aha. Gucken wir mal, ob wir das... Ob wir das so... Ich hab dich gar nicht gedeckt. Hier, ihn kann ich schon mal aufstellen. Und die Jungs stelle ich mal hier hin. Also ich hätte jetzt schon Spaß daran, die Basis erstmal ein bisschen schön aufzubauen. Dann haben wir hier noch eine... Dann können wir hier die... Ich würde gerne einen Platz noch sparen für die... Damit wir mehr Energie noch kriegen können. Weil wir brauchen drei Energie gleich... Ich baue hier einfach nochmal eine Energieeinheit. Dann können wir hier einmal die Marines... Habe ich hier gebaut. Ein Megageschütz. Wir haben noch keine Zeit, die runterläuft. Also ich hab keine Zeit, die runterläuft. Bevor das Megageschütz fertig ist. Ich guck mal, was es macht. Ich lass mich mal einfach... Ich bin einfach ganz charmant überraschend. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir alles. Jetzt kann ich hier auch eine Flugeinheit bauen. Und ein Fahrzeugdepot. Sehr gut. Was ist das? Raketenmeer... Zusätzlich Flugabwehr. Fahrzeugangriff. Nehmen wir den. Was kommt denn hier so am meisten rüber? Ach, nehmen wir mal eine Flugabwehr. Die sind aber mutig. Die beiden wagen sich immer weiter raus. Sammelt das mal lieber hier ein. Hier baue ich auch nochmal einen Turm hin. Und hier auch. Flugabwehr. Wer weiß, was kommt. Flugabwehr ist gar nicht verkehrt. Jetzt geht es nämlich los hier. Ich hätte gerne wieder eine Armee von Hornets. Ja, wir locken uns mal in die Basis rein. Was sagt er mir? Schalten wir Rest-Panzer aus. Okay. Machen wir. Was wir noch machen, ist ein... Mal einen schönen Panzer hier hinstellen. Ich will jetzt nicht nur Hornets haben. Tut mir leid, aber ich bin so ein Upgrade-Fan. Wenn man mir das schon mal anbietet, dann habe ich auch total Spaß da dran. Der gefällt mir hier. Das ist also eine tolle Sicherung hier mit der Cobra. Skorpion ist startklar. Wo kriege ich denn den... Ja gut, der Skorpion kommt auch schon. Hier ist mein Fahrzeugdepot. Das braucht... Also alles hängt gerade an der... An dem Energie-Level. Das braucht tatsächlich... Das ist schon echt unverschämt. Wieder schämt mal auf. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Jetzt rüsste ich erstmal meinen Reaktor auf. Wir haben immer noch kein Zeitlimit. Das finde ich gar nicht verkehrt. Was können wir hier denn machen? Hier können wir auch nur Basis errichten. Ja, wir sollten vielleicht jetzt... Okay, wir haben den Reaktor verbessert. Mehr als drei mache ich jetzt auch nicht. Flugabwehr haben wir hier noch. Salvenfähigkeit. Den hätte ich ganz gerne mal. Den würde ich mir gerne angucken. Da kommen schon Flügeinheiten. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn wir den Wolverine holen. Ich habe gerne noch eine Heilereinheit. Ja gut, der kriegt sie jetzt. Die Cobra-Einheit. Die haben noch eine Cobra-Einheit. Die fliegt gut. Als Verteidigung stellen wir die dann immer schön auf. Wenn wir noch keine Geschütze haben, dann hätte ich gerne noch einen neuen Panzer. Das dauert ja alles so lange. Und ich hätte auch gerne Flügeinheiten. Wir erobern jetzt mal die erste Basis mit Bodentruppen. Und dann holen wir uns Fischfleisch. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Nummer hier. Wie ich mir das vorstelle. Ich fände gut... Ja, jetzt kommen natürlich auch hier immer mehr. Was macht er denn jetzt? Da will er sich hinstellen? Ne, das finde ich nicht gut. Frischfleisch erforscht. So. Sehr gut. Wir machen hier weiter. Und zwar holen wir uns noch mal zwei Marina-Einheiten. Dann holen wir uns noch Panzer. Panzer. Marines sind Einsatzbereiter. Und hier... Marines können loslegen. Ist alles teuer. Die lassen wir auch in der Basis hier. Können die eigentlich... Ich sehe leider nicht, ob die auch auf Lufteinheiten schießen können. Aber das sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Können wir die Basis mal hier in Ruhe lassen. Davon haben wir eh... Nicht viele. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Der Panzer baut noch schön. Komm, holen wir mal das Upgrade. Und dann bauen wir eine Einheit noch hier. Und dann ziehen wir los. Und dann ziehen wir uns noch mal ein. Parallel bauen die nicht. Stapelverarbeitung. Leider nicht. So. Wenn wir jetzt alles haben, dann geht's rund. Ja, sehr gut. Haben wir hier schon Frischfleisch erforscht. Kommen wir noch mal. Ich brauche dann einen Vierer-Strom. So. Jetzt gehen wir aber mal los hier. Ich frage mich, ob die anderen jetzt auch losziehen. Nee, die bleiben hier. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Dann holen wir uns die neue Basis da oben. Wow. Das klappt ja bedingt gut. Sie werden wir schon ordentlich dezimiert. Vielleicht könnten wir uns die Einheiten auf die reinstellen. Das hat uns schon gut gekostet. Alles klar. Alles klar. Wir kümmern uns da rum. Wow. Okay, dann kann die Partie beginnen. Auf dem Weg. Ja, wir haben zum Glück ganze Flug-Einheiten. Mal schauen, ob wir es so schaffen. Los geht's. Die Basis da oben einzunehmen. Die Basis da oben einzunehmen. Oder sollen wir erst mal das Supergeschütz. Dann gucken wir mal. Ob wir es schaffen, das Supergeschütz einzunehmen. Die können wir jetzt hier ignorieren. Würde ich ganz gerne. Wow. Wir ziehen los. Forge außer Gefecht. Forge außer Gefecht. Online und unterwegs. Unfertig im Kurs. Ich bin da. Greif an. Komm raus. Greif ein Ziel an. All right. Das Feuer los. Ich bin da. Greif an. Greif ein. All right. Ja, das ist echt ätzend. Mal gucken, wie wir mit dem Supergeschütz hier zurechtkommen. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's mit ihm aus? Wow. Haha. Wenn wir es sogar nicht schaffen, dann brauchen wir auf jeden Fall neue Panzer hier. Ich bin da. 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 Das werden wir so nicht schaffen. Und hier liegt der Fortschau auf Boden. Und so wird er wiederbelebt. Verstanden? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Jetzt zieht ihr euch auch mal zurück. Ordentlich. Es ist nicht so einfach. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Ah, das ist ja mega. Das hätte ich unbedingt gerne. Ein Heiler. Das rüstet natürlich die ganzen Marines massiv auf. Ja, komm schon. Dann kümmern wir uns nochmal um das Mega-Geschütz. Schaffen wir es hier eigentlich jetzt schon? Wer mir auch außerordentlich gefällt, ist die Cobra. Ja, sehr gut. Das machen wir jetzt gerade. Und dann ziehen wir direkt weiter. Komm, einer geht noch. Marines melden sich zum Dienst. Befeindlicher Angriff. Okay, dann kann die Party beginnen. Marines, hurra! Bin unterwegs. Los geht's. So gut wie erledigt. Los geht's. Aus dem Mars. Alles klar, wir kümmern uns nach oben. Jetzt sind wir um einiges wieder upgradet. Und man sieht es hier schön. Also die Marines sind jetzt unheimlich stark mit dem Raketenwerfer und mit der Heilereinheit. Also jetzt sollte es auch gut klappen, dass wir die nächste Basis uns ziehen. Hilfe ist unterwegs. Vertrauen Sie mir, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ja. Bin es auch ohne Hilfe schaffen, glaube ich. Ich bin da. Ich hätte jetzt gerne noch einen Mechaniker. Feindlicher Angriff. Auf dem Weg. Spartan Team Omega ist abflugbereit. Pelican ist unterwegs. Spartan Team Omega unterwegs. Yeah. Hier der Spartan Team Omega. Das Mega-Geschütze ist ausgeschaltet. Gute Arbeit. Klare Sache. Alles klar. Dann werden wir hier direkt mal eine neue Basis bauen. Da wir nach wie vor immer nur 30, max 30 an Truppen haben. Die zählen jetzt übrigens nicht dazu. Das Spartan Team hier. Der Spartan Team ist auf. Bruder. Bin unterwegs. Ziehen wir mal direkt hier rein. Ich glaube, die Basis ist ganz gut geschützt. Deshalb alles, was hier noch mobil ist, ziehen wir hier weg. Ausgezeichnet. Faltlicher Angriff. Ziehen wir auch weg. Verstanden. Verstanden. Mal sehen, was die Spartans draufhaben. Ja, bin ich auch gespannt. Reiten Sie die Allianz zurück. Was ist das hier? Ein Rüstungsdepot. Bauen wir. Mehr Ressourcen benötigt. Okay, die kriegen wir gleich schon. Haben wir jetzt eh erstmal hier viel ausgegeben. Nichts einfacher als das. Hier ist der Heiler drin. Das ist auch sehr gut. In der Einheit. Passt hier noch eine Einheit rein? Ich glaube, ja. Dann machen wir eine. Eine Einheit noch. Die kommt hier rein. Ich glaube, die heilt dann auch mit. Und hier bauen wir jetzt unsere Armee auf. Schade mit den 30. Vielleicht kriegen wir die irgendwie noch hochgepusht. Adrenalin. Sehr gut. Ah, ja. Erhöhlt. Das haben wir doch gesucht hier. Erhöhlt meine maximale Einheit. Also meine Armeestärke um 10. So, das machen wir jetzt schnell noch. Versorgungsmodul. Warum bleibst du da unten drin? Versorgungsmodul vollständig. Habe ich die maximale Anzahl erreicht? Ne, wird gerade noch gebaut, ne? Apeu, apeu. Verstehe. So, jetzt haben wir auch gleich mehr als genug Ressourcen. Also das geht jetzt richtig schön schnell hoch, wenn ich die alle noch aufgerüstet habe. Und dann, was haben wir hier? Die Munition für die MAB-Kanone wird um zwei Schüsse erhöht. Jetzt finde ich noch raus, was die MAB-Kanone ist. Ja, das kommt jetzt auch raus. Hier haben wir schon eine Aufrüstung. Aufrüstung und rein. Aufgeteilt. Was ich gut gerne hätte. Haben wir hinten schon Luft-Einheiten? Versorgungsmodul vollständig. Hornets. Bordschützen. Natürlich auch eine feine Sache. Und dann holen wir uns gleich die Basis. Die gilt dann nur noch als... Hier machen wir jetzt die... Hier machen wir jetzt eine Ressourcen-Basis. Das wird unsere Ressourcen-Basis hier sein. Versorgungsmodul aufgerüstet. Ist das nur temporär oder am Niederstand permanent? Versorgungsmodul vollständig. So, jetzt können wir noch arbeiten, oder? Wir gucken auch mal, was die Spartan-Einheiten können. Ich bin dran. Los geht's. Ich bin da. Ja, du kannst eigentlich mal... Warum... Der Sanitäter, das finde ich auch wieder so geil. Der Sanitäter heilt sich nicht selber. Der ist so selbstlos. Erfasst. Wir sind bereit. So, das wird hier unser... Hier bauen wir kaum Einheiten. Schütz aufgerüstet. Sondern hier erforschen wir. Mehr Ressourcen benötigt. Ja, kommt schon. 800 brauche ich. Und jetzt gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Los geht's. Los geht's. Verstanden. Neuer Tor. Vollständig. Leere mich zum Anstrengen. Auf dem Weg. Feuer. Ja, könnten besser sein, die Spartan-Einheiten. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die hier... Alles klar. Hier brauchen wir ein bisschen... Jeder Wetter. Halt mal, wie ist es. Ich möchte nicht sein. Schon da. Verstanden. Okay, wir ziehen uns auf jeden Fall zurück. Hier brauchen wir eine richtig große Einheit. Jeder Wetter. Und die werden wir uns jetzt auch erstellen. Da kommt schon bildig an. Reserven erforscht. Reserven haben wir auch erforscht. Dann erforschen wir das hier noch. So, jetzt gehen wir erst mal. Können später noch... Können die Fortschreinheiten wiederbelebt werden? Ja. Können sie. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Bin bereit. Aha. Den können wir jetzt auch, beziehungsweise den ziehen wir ab. Geschütz aufgerüstet. Rücken aus. Bordschützen erforscht. Torbchen ist aufgetanzt und bereit. Mehr Ressourcen benötigt. Geschütz vollständig. Dann hätte ich gerne noch ein bisschen... Kobra-Einheiten. Weil das Schöne an den Kobra-Einheiten ist, die können hinten stellen sich auf. Das sind so unsere Artillerie-Einheiten dann. Torbchen sind aufgetanzt. Da brauchen wir viel Ressourcen. In der Wartenschlange. So, hier bauen wir uns was richtig Schönes zusammen. Hier kommt, glaube ich, irgendwas, oder? Ja, oben steht zumindest was. Die könnten wir gleich mit Luft einhalten bekommen. Und was uns auch zugutekommen wird, ist dieses Upgrade. Was gerade in der Wartenschlange auch ist. Das wird uns auch zugutekommen. Also Stapelverarbeitung hier geht doch. Ja, das sieht hier ein bisschen bitter aus, ja. Dass unser Forge hier vorne vor der Front liegt. Da war ich doch ein bisschen gerade überheblich, um zu sagen, okay, da gehe ich jetzt rein und hol mir mal eben ganz kurz die Basis. Ich denke, so langsam könnten wir wieder beginnen mit dem... Das ist der Wahnsinn, was man hier aufrüsten kann. Hier hat man eine Super-Einheit. Die können überall auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Die Ressourcen sind hier... Das ist noch in der Wartenschlange. Jetzt geht es erstmal los, dass wir zwei Kobras da oben kriegen. Dann sind das die letzten zwei Einheiten, die ich baue. Und dann kann es auch schon losgehen. Und dann machen wir das Ganze ein bisschen koordinierter, diesmal. Indem wir die Einheiten markieren. Hornets wäre natürlich auch nicht schlecht. So, das soll das Gedäse sein. Die sollten jetzt eigentlich auch schneller laufen, damit wir nicht mehr so... Ja, das sieht man auch schon. Wir nicht mehr so schleichen. Die bleiben ruhig nochmal hier. Jetzt habe ich das Geschütz erforscht. Das war es jetzt aber auch, was ich für den Skorpion alles erforschen kann. Also hier hat man... Hier kann man echt jede Menge und Zeit investieren, die ganzen Sachen zu erforschen. Das kann ich ja schon mal machen. Dann haben wir hier... Eine Einheit, die verheerenden Schaden anrichtet. Die werden wir gleich uns auch nochmal holen. Für den Endkampf da oben. Ja, das sieht doch schon gut aus, oder? Das ist die Kobra. Hier kommt auch nicht mehr viel. Oder? Haben wir noch Einheiten in der Produktion? Ja, eine Kobra haben wir noch. Aber wir gehen jetzt schon mal so. Dann wählen wir die Panzer an mit der 1. Die Kobra mit der 2. Die stellen wir schon nach hinten. Die Marineeinheit mit der 3. Und den Wolverine mit der 4. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr zurechtkommt. Ich kann die Panzer nicht bewegen. Panzer sind nicht auf dem Weg. Das würde mir ja jetzt mehr Spaß machen, wenn ich die jetzt... ...schön einsetzen könnte. Forge, geh doch mal zurück. Ach, dann nehme ich einfach alle jetzt hier. Das ist... Er will es einfach auch so. Das stört mich, dass ich die hier nicht richtig koordiniert träge, weil die keinen Platz hier haben. Das muss ich verstehen. Das ist... ...schön einset. Gut geht's. Auf dem Weg. Gut geht's. Das ist auf dem Weg. Ach, wir alle! Das war es mit seiner Basis, schon mal. Sehr gut, ich dachte danach wird es noch weiter gehen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, sonst hätten wir das ja auch schneller machen können, hier die Mission. Aber dann war es so, vielleicht haben wir jetzt gut ein bisschen Vorteil rausgearbeitet. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, dann gehe ich schneller an die Sache dran. Ich dachte, wir hätten jetzt drei Basen und würden dann oben noch den Endkampf machen. Hier habe ich wieder nur Bronze, tut mir leid, aber vielleicht wird es beim nächsten Level besser und ich hoffe, wir sehen uns gleich auch. Also, bis später.